Da war Adam und Eva im Paradies und sie fühlten nur diese eine Liebe und sonst war da nichts, wofür's so Leben lohnt. Und Gott, der Herr, vertraute blind darauf, die Liebe könnte in Neugier stillen. An einem Tag, da ging alles schief, er bekam uns und wir den freien Willen. Und wenn es scheint, dass nichts gelingt, ja wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist manchmal das, ganz genau das, was uns weiterbringt. Oder glaubst du an die Evolution und diesen Meteor, von dem man mir berichtet? Er hätte das Leben auf dieser Erde fast mit einem Schlag vernichtet. Doch übrig blieben wir, zunächst zum Ausprobieren, dann wuchs Hand und Fuß und ein Hirn zum Gruß. Das sollte mir sagen, mehr denn je, wenn es auch schlimm kommt, das geht schon okay. Und wenn es scheint, dass nichts gelingt, ja wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist manchmal das, ganz genau das, was uns weiterbringt. Das ist auch die Fahne des Verlierers über dir gehörst, was immer auch passiert, wer weiß, wozu es gut ist. Und wenn es scheint, dass nichts gelingt, ja wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist manchmal das, ganz genau das, was uns weiterbringt. Ja, wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist manchmal das, ganz genau das, was uns weiterbringt. Ja, wenn es scheint, dass nichts gelingt, ist manchmal das, was uns weiterbringt.